Ja, hallo. Ja, hallo, hallo, hallo. Oh, ja. Ja, hallo. 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 Ja. Ja, hallo. Ja, hallo. Ich bin so besucht, die Tür. Es ist nett, ich bin so besucht. War das auch klar? da kommt die Ampelphasen versorgen einem echt einige Sachen muss man sich zerfärben oder eine ...dass...dass...dass...dass...dass...dass...dass...dass...dass... Ah... Guck mal, der hier... ...das ist so kurz rein... Ja... Ah, falsche Richtung gelingt. Ach, Mensch. Oh, Mensch. Komm, 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 jetzt ein Stückchen wieder raus, zehn, so. Nein, 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 die Müdigkeit macht eigentlich doch scheinbar ein bisschen zu schocken. Oh Gott sei Dank, so. Ah, ich bin so ein bisschen. Oh, come on, Zola. Oh, come on, come on, come on. Zola, ich bin jetzt nicht so ein bisschen. Ich bin jetzt nicht so ein bisschen. Manufakt? Manufakt? So, dann muss ich in die Werkstatt oder zur Werkstatt. So, dann muss ich in die 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 Werkstatt. Mh, 3 Stunden Mobil, machen wir mal im Schnelldruck eingehen, das sieht doch schon was aus. Hubschrauber? Wer ist denn Mörder? Das machen wir auch einfach mal. Na, Mörder ist auch schon okay. Auftrag annehmen. Hubschrauber, weiß ich schon, Hubschrauber? Ich weiß es gar nicht. Hm, aber wir sind jetzt auch gleich drüben. Upa, da muss man rein. So, und hier ist wieder eine Abelsergebung. Tempomat auf jeden Fall. Das ist eigentlich nicht gekappt. Ich erzähle das. Jo, ich würde auch mal sagen, das war's. Ich will hier noch nicht, oder? Ich meine, ich bin hier noch nicht. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018